Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch vor, wie ihr sehen könnt, eine Trinkflasche der Firma C.F. 720 Degree. Diese Flasche umfasst einen Liter und besteht aus dem Werkstoff Tritan. Die Firma, die Firma C.F. 720 Degree, beschäftigt sich mit alternativen Werkstoffen und hat ihren Firmensitz in New York, in den USA natürlich. Tritancopolyester, auch einfach nur Tritan genannt, das ist dieser Werkstoff. Er ist geschmacksneutral, wärmebeständig, bruchsicher und spülmaschinenfest bis 80 Grad. Das heißt, er ist unglaublich praktisch. Für diesen Werkstoff spricht auch, dass er sehr bruchsicher ist, leicht ist, frei von Weichmachern, wie etwa BPA bis Phenol A. Dagegen spricht, dass es kein natürlicher Werkstoff ist und er sich nicht von selbst abbaut, wenn er nicht aktiv recycelt wird. Auf der Flasche befindet sich eine Flüssigkeitsskala, wie man hier sehen kann. Die bei genau einem Liter aufhört. Durch diese Skala ist es sehr einfach, wenn man zum Beispiel dadurch, dass es eine Trainings- oder Sportflasche ist, wenn man sich jetzt einen Booster oder einen Shake macht, ist es ganz praktisch. Da sind ja immer angegebene Mengen von den zugegebenen Flüssigkeiten vorhanden. Da kann man ganz einfach dann hier abmessen, wie viel man braucht und das dann schütteln. Wie man sehen kann, ist diese Flasche leicht durchsichtig, aber ansonsten hat sie eine leichte Graufärbung. Zum Öffnungsmechanismus. Wie ihr hier sehen könnt, das ist der Öffnungsmechanismus, da hat man hier einen Bügel, diesen klappt man herunter und kann dann durch einen leichten Druck auf diese Stelle hier, springt einfach der Deckel auf. Der springt deswegen so einfach auf, weil hier, wie man sehen kann, der ist federgestützt. Zum einfacheren Trinken ist hier noch ein kleines Belüftungsloch, weil wenn man trinkt, wenn das nicht da wäre, würde kein Wasser rauskommen, weil auch keine Luft in die Flasche strömen kann. Dadurch funktioniert das sehr gut. Am Flaschenhals befestigt sitzt noch eine kleine Stoffflasche, wodurch man sie einfach hochheben kann oder auch wieder abstellen, was ganz praktisch ist. Hier am Deckel ist noch ein Stück aus Gummi, wodurch man sie ganz sehr angenehm greifen kann. Meine Erfahrungen zu der Flasche sind sehr positiv. Sie funktioniert sehr gut und ich würde sie jedem empfehlen. Zu kaufen gibt es diese Flasche zum Beispiel auf Amazon für 30 Euro. Zurzeit ist sie sogar auf 20 Euro reduziert und auf der Website der Hersteller kann man sie auch erwerben. Den Link zum Produkt findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst doch ein Like da und abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.